Hier sehen wir nun einen abgestorbenen Baum. Der ist hier abgeknickt. Und was wir schön sehen, ist, dass hier viele Pilze dran wachsen. Also ein ganz klassisches Zeichen davon, dass dieser Baum sich langsam zersetzt, dass er langsam verwest, nachdem er umgeknickt ist. Das ist ein sehr schönes Exemplar, sehr schöne Pilze da drauf. Mit Pilzen kenne ich leider nicht so gut aus. Dementsprechend kann ich hier keine Essempfehlung geben. Aber man sieht hier auch das Moos, was hier an diesem Baumstumpf wächst. Ein schönes Ding. Scheint schon länger abgeknickt zu sein. Wenn man sich das hier anbetrachtet, hier hat auch schon deutlich die Verwesung angesetzt. Das weiß ich noch nicht so klar sind. Ich kann hier nichtbags broken sein. Dasselves libro drVIS Nosotros ein. Vielen Dank.